Willkommen auf meinem Kanal PeterRockeBee1950. So, wir stehen hier bei CityBikes. Das ist der Laden und da werde ich jetzt gleich reingehen, meine Reifen abholen und ja, wie gesagt, entweder ich zeige euch das dann so oder so. Ja, dann verfilme ich gleich nochmal einen Secondhandladen, der nennt sich Ferrykauf, aber nur von außen. Da drinnen darf leider nicht gefilmt werden. Und dann, ja, mal gucken. Also dranbleiben.